Verführerisch hat Jennifer Ettersommer im Frühling 2012 von der Blick-Titelseite gestrahlt. Rund eineinhalb Jahre später kämpft sich die 28-Jährige der Reha-Klinik zu Bellicke zurück ins Leben. Der Horror-Crash mit ihrem V-E-Polo überlebt die zweifache Mutter wie durch ein Wunder. Seither ist sie an den Rollstuhl gefesselt. Sie hat sich beide Beine und das Becken mehrfach gebrochen. Ob die junge St. Gallerin je wieder laufen kann, ist völlig unklar. Ich hoffe es immer noch, dass alles wieder gut kommt und ich muss positiv denken. Hast du noch feste Schmerzen? Ja, am Tag habe ich relativ starke Schmerzen. Am Tag geht es gut. Was wünschst du dir am meisten? Laufen und wieder zu meinen Kindern zu Hause. Sie vermissen mich sehr. Der Kleine kommt relativ gut damit. Der Grosse hat am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Aber sie kommen regelmässig vorbei und kommen mich besuchen und finden es hier ganz toll. Inwiefern hat sich deine Ansicht zum Leben verändert? Sehr. Ich nehme es nochmals als zweite Chance. Ich werde einiges ändern und mit der Unterstützung meiner Familie und meinen Freunden arbeite ich da auch. Ich sage es nochmals als zweite Chance. Auch das ist einiges ändern. Was wünschst du dir am Anfang. Was wünschen dich das? Du kannst mir dieses Jahr zum Leben verlangen.